Hey, du bist doch der Anzeige-Hauptmeister. Hey, das machst du nicht so, das langt. Mit nichts und niemand wird man mich irgendwie aufhalten. Und das haben schon einige versucht, mich oft zu halten. Nee, der der eine geknallt. Ja, richtig. Was sagen Sie zu dem Anzeige-Hauptmeister? Wieder, 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 wer? Sowas habe ich auch noch nicht gesehen woanders, nur in Hamburg. Bitte, bitte Jungs jetzt. Solche Szenen, die wir heute hatten, hast du die auch mit Spiegel-TV gehabt oder nicht? Nö. Was haben wir jetzt gemacht, Mensch? Ich mache mal Anzeige, ich bin mir kein. Ich drehe jeden Cent dreimal um, nachdem ich stinkreich bin. Bist du reich? Ja. Nee. Wenn ich sehr entschuldige sein, Video ganz ehrenlos, aber wenn man die beleidigen will, melde mich freiwillig. Darf ich ihn wieder nicht beleidigen? Sonst kriege ich Anzeige für mein Wissen. Hallo Willi. Ja, krass. Wenn ich wieder am Start hier in Hamburg City, ich würde mal sagen, es wird wieder Zeit für ein geiles Street-Video. Heute gehen wir raus und schreiben mal ein bisschen hier die Autos auf, ne? Da steht, da kommt der verkehrt hier schon. Nee. Das ist ein Eintrittsfahrzeug der Polizei, die haben nach § 35 SDVO Sonderrechte. Ich glaube, ich zeig dir heute mal, wie man das richtig macht. Warte, fuck ey. Ihr könnt sich ja auch sein. Wollen wir das zusammen machen? Können wir machen. Wie heißt denn du? Anzeigen Hauptmeister Matthai. Assalamualaikum. Ja. Let's go. Fans sind das. Fans? Dürfen die ein Foto machen? Ja, na klar. Wir haben ein bisschen Deutschland dafür. Und du willst... Marc. Marc sieht auch schon so aus wie ein... Ich weiß nicht warum, aber Marc, ich schwör's euch, ich hab so ein Grundprinzip, der geht mir so auf den Sack, der kleine Bastard. Immer jeder ein Euro hier, der muss auch was in die Stornokasse hier, ne? Hat ihr ein bisschen Kleingeld hier? 5 Euro, 2 Euro? Wenigstens 50 Cent, Jungs. Ich bitte euch. Ich hab ich. Danke. Grazias, Alter. Fotos musst du auch mal Geld kosten, oder? Ja. Das wär auch mal eine Marketingstrategie. Jungs. Da seh ich schon mal, 5 Cent passt auch. Und, und? Grazias. Packen wir hier in die Stornokasse, oder was? Da ist mein Handy drin. Oh. Ich glaub, wir machen das mal hier zur Kasse. Aber heute wird richtig Kohle gemacht. Ich weiß, wie wir in Geschäfte machen wir hier. Können wir ein Foto machen? Ja, klar. Zusammen können wir Großes erreichen, oder? Ja. Du machst einmal dein Straßengeschäft. Ich hol dir die Fans ran, dann Kleingeld in die Klimpertasche. Ja. Was machen wir, wenn eine Tasche voll ist? Dann holen wir uns eine neue Hose, ey. Oder wir holen jemanden, der die Geldtaschen trägt. Oh no. Erster Treffer. Was machen wir jetzt hier? Fotografieren. Parkt, verbotswidrig auf der linken Fahrbahnseite. Und das geht absolut nicht? Genau. Darf ich mal hinterher treten kurz? Könnte Sachbeschädigung sein. Da könnt ihr ja sagen, jetzt ist ein Plattendorf oder so. Ja. Bin ich jetzt kriminell? Ja. Aber ich glaube, wenn der das sehen wird, der hat keine Ahnung, was wir hier machen. Das ist ja kein deutsches Auto. Ach, die aus dem Ausland. Die fahren und parken, wie sie wollen. Ja, in Polen ist es ja üblich zum Beispiel, dass man da auch links parkt. Kollege, ich glaube, du fährst etwas zu schnell da hinten. Das musst du mal kurz aufschreiben. Oh mein Gott. Ich lach wegen dem Chat. Ich lach wegen dem Chat. Ich lach wegen dem Chat. Ah, der hat nicht mal ein Kennzeichen. Falls ich mal einen Fehler mache, sag mir ruhig Bescheid. Du kannst mich immer korrigieren. Dafür bist du ja da. Ja. Na klar. Mein Adlerauge sagt, da hinten stimmt was nicht. Ja. Ja, ob das Auto sind, gefällt doch nicht so. Was ist hier jetzt das Problem? Missbrauchter Warnzeichen. Also ich denke mal, theoretisch wird sicherlich auch absolutes Haltverbot sein, aber die Schilder sind zur Seite gedreht. Die sind für mich nicht gültig, wenn die so zur Seite gedreht sind. Von daher haben wir ja nur ein Missbrauchter Warnzeichen. Ich habe nochmal eine Frage, ne? Kriegst du eigentlich eine Provision von jedem Schein? Nee. Echt nicht? Keinen Cent. Gehst du manchmal ins Casino? Nee. Darin? Novolein? Bokofra? Hä? Bokofra? Was? Achso. Versteh nur Deutsch. Wollen wir mal später? Digga, wisst ihr was ich mich frage, Chat? Warum macht man das? Also, checkt ihr was ich meine. Aber was ist das denn für ein Hobby? Was? Wollen wir mal später ins Casino gehen? Ach nee, ich verspende dafür mein Geld nicht. Assalamu alaikum. Ach man. Das weiß ich nicht. Die Schilder widersprechen sich ja irgendwie. Ich bin auch gerade überfordert. Ja, ich auch. Das eine Schild sagt, parken auf dem Gehweg mit Parkschein und das andere sagt, absolutes Haltverbot auf dem Seitenstreifen. Das widerspricht sich doch hier. Grüß euch, Männers. Also die Stellung ist schon ein bisschen überfordert hier, ne? Na ja. Man muss sich halt nur die Beschilderung angucken. Jetzt habe ich es kapiert. Jetzt hast du es kapiert? Kollege? Sind Sie hier im Laden? Zeigen Sie mal Ihren Einkauf? Ja, ich komme. Wo denn? Das ist eine Ladezone, eine Halteverbot, ne? Das will ich nur mal kurz anmerken, ne? Time is money. Der Lieferant sieht mir ganz danach aus. Der? Ja, definitiv zweite Reihe. Definitiv. Das ist einer zu viel hier. Hier ist der Fahrradweg. Ja, richtig. Und der steht mitten auf der Straße. Das ist eine Zweibahnstelle. Genau. Das schickst du dann später der Polizei oder wo? Wie machst du das? Ordnungsamt. Ordnungsamt. Und wann kommt der da an? Wir kennen dich alle, die Polizisten, ne? Ja. Grüß dich. Wir haben sie hier abfotografiert, ja? Glaubt ihr? Sympathisches Video 0. Glaubt ihr, der geizt sich darauf auf, dass ihn jetzt so viele kennen? Mag den kleinen Bastard? Ja, ne? Ich schwöre, der kriegt einen richtig harten. Wir haben weitergegeben. Verstehe ich? Aber der Anzeigenraubmeister, ne? Ja. Ich erkläre, dass der das löscht. Und? Ja, ich habe ihm gesagt, die Anzeige ist raus. Das Foto wird abgeschickt. Ja. Und habe ihm das gesagt, ne? Sowas habe ich auch noch nicht gesehen woanders, nur in Hamburg. Dass man jetzt neuerdings den Gehweg wischt. Sollen wir mal kurz aufschreiben? Wozu? Und jetzt habe ich den Dreh raus. Der hat kein Rutschschild hier. Da muss man nachweisen, dass das rutschig ist. Ist. Wenn ich da gleich rübergebe. Dann fange ich hin. Sicher. Sicher auch. Ich dachte, wir machen die Schwalbe. Du reinigst die Straßen, oder? Ja. Du filterst das, was die Polizei nicht schafft. Genau. Das heißt, du bist besser als die Polizei. Na ja, die Polizei ist halt dafür wiederum bei anderen Sachen, wo ich halt nicht anwesend bin. Manchmal sind wir auch zufällig oder zeitlich beim gleichen Vergehen. Das kommt auch mal vor. Manchmal sind wir auch sicher. Können wir ein Bild machen? Ja, können wir machen. Ja, können wir machen. Für jedes Foto gibt es ein bisschen Kleingeld hier, ja? Ja. Kann man sagen, die klauen gerade unseren Job hier? Wollen wir das? Wir nehmen auch gerade hier den Auftrag entgegen, ne? Also wir geben zuerst ab. Genau das ist so ein Zufall, was ich meine. Dass es auch mal vorkommt, dass wir auch mal zeitgleich da sind. Ja, mit dem Ordnungsamt, ne? Genau. Aber soll ich dir mal was sagen? Ja. Die sehen nicht gut aus. Wir sehen richtig schön aus in Neon hier. Die sehen besser aus. Ja. Wir sind professioneller. Ja. Richtig. Ja, genau. Ja, genau. Ja, zwei, drei, schwierig. Wie bitte? Was haben Sie gerade gesagt? Ob es doch geht? Was haben wir jetzt gemacht, Mensch? Sag mal. Beleidigung, oder? Richtig. Wollen wir uns mal anzeigen lassen hier? Können wir. Ja. Rufen wir mal kurz den Peterswagen hier. Das flanken wir hier. Das ist ja unverschämt hier. Da wird mir einfach der Stinkefinger gezeigt. Ja. Machen wir anzeigen, unbekannt. Anzeigen, unbekannt, ne? Okay. Und weiter geht's mit der Ordnungswidrigkeit. Aber darf man auf dem Fußgängerweg nicht fahren mit dem Rad? Nee. Liebst du das öfters, dass die hier den Stinkefinger zeigen? Ja klar. Ja. Halla, der Typ, ne? Ey, ich schwör's euch. Der macht mich so sauer. Was hat er hier gebracht? Guter Anzug. Ich glaub, das ist auch einer von unseren Kumparen. Das gefällt mir. Das ist schöner als Prana, als Gucci. Sehr nice. Bist du auch eine Anzeigenhauptmeister hier? Bist du auch einer von denen? Ja. Thank you very much. Gute Männer, ne? Würdest du sagen, ne? Ja. Wie bewertest du sein Look? Gute Uniform. So, wir sind gerade hier. Ja. Hamburger Steiner. Wie fühlt sich das an? Fühlt sich das hier an, wie wenn du irgendwo in Mexiko wärst? Irgendwie schon, ja. Also, ziemlich dreckige Straße. Also, ich hab da schon bessere gesehen. Aber irgendwie kommt man sich ja schon nicht mal wie in Deutschland vor. Ja, das ist hier wirklich, ne? Also, ich wohne das. Ohne... Ich hab das Gefühl, Mark weht die AfD. Ich hab das Gefühl, Mark weht die AfD. Aber... Lowkey. Das kann man sich auch mal kurz anschauen hier, oder? Nö. Nicht? Ich bin für Fallsparker, ja. Nicht so sowas. Ja, aber das sieht doch im Zyklen aus. Nee. Dann würde ich mir kurz ne kleine Pause gönnen. Nee. Können wir ein Foto machen? Natürlich. Komm und dann halt so etwas nahe, da muss man auch schon, ne? Ja. Kannst du nicht mal so ein Karate-Trick oder so? Wozu? Einer kommt so... Hey du! Machst du nicht kurz... Wozu? Nee, das ist nicht notwendig. Echt nicht? Ich kann Ihnen mal zeigen, wie das geht. Dennis, komm mal her! Hey, du bist doch der Anzeige Hauptwasser! Hey, das machst du nicht so! Das langt hier! Polizei, ey! Das machst du nicht, hast du verstanden! Wir filmen ja bloß! Achso, sorry. Wir machen gerade einen Check. Wir machen kurz einen Check. Wir haben einen Check gemacht. So, es tut mir leid, wir sind fertig. Sorry. Ich glaube, das war wieder einer zu doll hier, ne? Ja. Ich muss da echt vorsichtig sein. Aber immerhin funktioniert die Polizei. Das funktioniert. Das funktioniert. Übung macht der Meister. Ich dachte, da sind wir gleich in Haps. Hey, da ist einer am Pinkeln. Das gibt's nicht. Der pinkelt da einfach nicht. Es gibt eine Anzeige. Die Anzeige ist raus. Ich hab nicht auf Beton gepinkelt. Ach so, dann passt's. Der hat nicht auf Beton gepinkelt. Dann passt's. Der hat nur die Natur beglückt. Genau. Das ist gut. Das finde ich stark. Sie setzen sich ein für den Klimawandel. Das ist sehr stark. Das gefällt mir. Generell unzulässig. Unzulässig? Ja, generell. Zulässig? Zulässig? Zulässig. In Hamburg ist zulässig. Zulässig. In Hamburg ist es zulässig für die Leute, die es nicht glauben, ja? In Hamburg zulässig. Gewuscht. Ich bin überfordert, ey. Da machen wir eine Ausnahme. Behalten Sie den Strafzettel. Behalten Sie das. Schmeißen Sie den weg gleich. Behalten Sie das. Sie haben die Natur beglückt. Komm, wir gehen weiter. Das ist so weit auf der Fresse. Hey, das war aber asozial, ey. Das war aber mal richtig asozial, oder? Soll ich den mal im Ohrlatschen ziehen? Wozu? Nicht? Du kannst ja höflich nach dem Namen fragen, falls er sagt. Da reg' ich schon was. Digga. Ey, ich sag auch, Chat, ob ihr wollt oder nicht. Und ich, äh, ich hoffe es auf keinen Fall und ich will es auch nicht, ähm, herbei beschwören, aber ich glaube, der wird nochmal so, der wird, der wird richtig auf Fresse bekommen. Wann, wie, wo ist einfach nur eine Frage der Zeit. So, dass er halt dann merkt, ähm, hat er schon, naja, aber er ist ja, er ist ja noch immer unterwegs, aber ich glaube, dass das so wird, so nach dem Motto, dass ihm dann bewusst wird, dass er das nicht mehr machen soll. Bart bekommt auf jeden Fall auf die Fresse. Guck mir, du. Das machst du wirklich stark. Ja. Das glaubt Ihnen keiner, ne? Was sagen Sie zu dem Anzeugen-Hauptmeister? Unmöglich. Wie, gut oder schlecht? Schlecht. Wirklich? Er war wahrscheinlich auch so einer in der Schule, der jeden verpetzt hat. Ja, aber Sie haben gerade mit ihm ein Foto gemacht. Ja, weil mir das keiner glaubt. Aber Sie sind ein Fan? Nein, kein Fan. Ich find das wider, wider, widerwärtig. Er hatte wahrscheinlich keinen Sinn im Leben oder so, wie das ihm ist. Doch. Können Sie überhaupt noch früh schlafen? Ja, na klar. Ja, klar. Ja, klar. Alles klar. Ja. Solche sehen die wie... Was? Wisst ihr, was mich so provokant abfuckt? Das hier. Jo. 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 Fotos schießt du so am Tag? Also Rekord war Hildesheim mit 133 oder so was. 133? Einer statt an einem Tag innerhalb von drei Stunden waren das. 130 und das heißt jede 18 Minuten ein Foto. Ja, ne. Ne, du, ne. Hä? Ja, das ist eigentlich schreckendes Halsverbot. Wir haben sie im Blickfeld mein Lieber. Geben sie uns fünf Euro, wir sagen nichts. Ich bin alter Mann, ich hab kein Geld. Gib mal Geld her, wir geben dir mal kurz ein paar Scheine rein. So was der Aufforderung gibt, fünf Euro, dann können wir es lassen. Das könnte auch eine Amtsermaßung sein, weil das Abstrafen der Ordnungswidrigkeit darf auch nur von einem Amt ausgeführt werden. Könnte ich hierfür eine Anzeige bekommen? Das kommt ganz drauf an. Also wenn der sich denkt, du bist eine Behörde oder sowas, dann kann das Amtsermaßung sein. Noch dazu kommt ja, da es ja auch rechtswidrig ist, könnte unter Umständen auch den Tatbestand der Nötigung erfüllen. Ja, ja. Das wollte ich ja nicht damit beurteilen. Würdest du vor Gericht gegen mich auch sagen? Ja, wenn du eine Straftat begehst oder sowas? Eine Dreißiger, hab ich mir gedacht. Unter Freunden drücken wir mal ein Auge zu. Ja. Das Schild ist auch hier wieder am Wackeln, ne? Was ist das denn hier jetzt wieder? Das ist nicht mal gültig, es gilt bloß noch die, die sichtbar sind. Die Stadt hat hier ein bisschen wieder versagt, ne? Und wie lange machst du das eigentlich schon auf der Straße? So circa drei Jahre. Drei Jahre? Hast du mal gezählt? Drei Jahre, wie alt ist der jetzt, Chad? Wie alt ist der jetzt? 18? Das macht der seit der 15 ist. Mark ist so ein Bastard. Wie die Richtlinien du rausgeschickt hast? Letztes Jahr 4.247. Warte, das ist ein Fax, ey ey. Auf meiner Facebookseite gibt es eine Jahresstatistik vom letzten Jahr. Und willst du die von Jahr zu Jahr toppen? Ja. Und die findest du nicht? Dafür musstest du honoriert werden? Würde mir jetzt gut gefallen. Ja, ja. Das find ich auch. Aber ich kriege mein Honorar halt anders, von anderen Institutionen. Kann man mal fragen, welche so? Naja, wenn ich jetzt mittlerweile immer öfter halt mit der Kamera begleitet werde bei meinen Knöllchentouren, kriege ich halt mein Honorar von der Agentur, die mit mir dreht. Was nimmst du so für einen Insta-Story-Post? Von bis? 1.000 Euro? Ja. 5.000 Euro? Ja, pro 1.000 Nutzer gibt es doch hier diese 20-Euro-Marke. Krass, stark. Ja. Bis gut und bis günstig. Ja. Gut und günstig. Anzeigen-Hochmeister, das hier ist die Alster in Hamburg, ne? Schicka. Er war auch letztens in Nürnberg? Nein! Er war in Nürnberg? Nein! Digga, Glück, dass ich ihn nicht gesehen habe. Sonst hätte ich natürlich ein Foto gemacht, Chat. Ja. Es ist bekannt dafür, dass jeder zweite hier mal reinwinkelt, ne? Aha. Dann gibt es halt Leute, die dann reinspringen und dann das Wasser gurgeln, ne? So, geil. Gehen schon mal. Soll Glück bringen. Meine Ohren pfeifen der Wind so rein. Ist das so eine Taucherhaube? Parathelmütze. Parathelmütze, ja. Interessant. Ach. Da hat einer, da hat einer einfach aus dem Auto verpissig geschrieben. Wir bleiben unserem Standpunkt treu. Na klar. Egal was passiert, ich werde immer weitermachen. Mit gar nichts kann man mich aufhalten. Du bist sehr fokussiert. Du bist sehr ehrgeizig. Genau. Mit nichts und niemand würde mich irgendwie aufhalten können. Und das haben schon einige versucht mich aufzuhalten, aber alle erfolgt. Zum Beispiel? Zum Beispiel? Der Vorfall, der in der Presse war. Das habe ich nicht mitbekommen? Naja, das hat eben der Hand ausgerutscht, das ist ein Fußballfan. Ne, der wollte dich reinschubsen? Ne, der ist halt der Hand ausgerutscht im Zug. Ne, der hat ja eine geknallt. Ja, richtig. Ja, und solche Fälle gab es halt auch öfters. Kann ich dir mal kurz was zeigen? Also. Kannst du mal Fahrrad kurz abstellen? Ja. Mach mal hier rein. Boxen. Box mal rein. Und jetzt rechts. Deckung ein bisschen. Mhm. Deckung? Ja. Ja, sehr gut. Wenn einer kommt, ne, dass du da mal aufweißt. Alter. Wisst ihr, was ich hier auch als ein großes Problem sehe? Dieser Satz, mich kann keiner aufhalten. Das sind so Sachen, die provozieren. Checkt ihr, was ich meine? Das sind Sachen, die, 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 die Leute dafür zu so ansticheln. Wart mal ab. Am Ende des Tages ist alles rechtens. 100%. Auf dem moralischen Kompass könnte man ein bisschen zeigen und sagen, Marc ist ein Bastard, aber er macht nichts verkehrt. So. Checkt ihr, was ich meine? Notwehr. Links, rechts. Pippo, mein Schatz, danke für 5 Monate. Xabi, danke, danke für 16. Links, rechts. Passt haben wir. Es gibt links, rechts. Und drei. Drei. Kick. Links, rechts. Drei. Links, rechts. Drei. Vier. Fünf Knie. Super. Sechs Hintern. Passt. Komm mal rein so. Ja. Aber man weiß es ja nie. Wenn man in Lebensgefahr ist, muss man schon mal links, rechts, drei, vier, fünf, sechs. Was machst du, wenn du dich erwischst, dass du über Rot gegangen bist? Nimm mal an, du hast in dem Moment geträumt, gehst aber über Rot. Würdest du dich selber anzeigen? Würdest du dann selber zur Polizei gehen und sagen, du würdest dein Auge zudrücken? Bei mir ja. Du kleiner Schlingel, ich wusste doch, dass du da irgendwo auch mal ein bisschen die Schattenseiten in dir hast. Ich würde dir unsere Sicherheit erst gar nicht begehen. Aber vielleicht. Nein. Vielleicht. Nein. Vielleicht. Vielleicht. Ja, ja. Was sagst du dazu, Niklas? Ich komme mal mit wem der ein Foto macht. Ich wollte meinem Bruder vielen, vielen Dank für den Verschenken. Kannst du ein Foto mit dir. Freut dich das? Kannst du haben? Finden sie erst einen Reizner her? Ich auch. Ich auch. Ich auch. Wollen sie dich nicht aufs Foto machen? Ja, können wir ja. Super. Ich könnte ihn ja mal auf Instagram schreiben. Bist du Single eigentlich, Niklas? Ja, weil das ist günstiger und kostet Sportzeit. Die Dame, die ist glaube ich... Joa, ist günstiger. Soll ich heute mal Eli triggern und die ganze Zeit zu seinen Sachen nur so ja, ja klar sagen? Da brauchst du nicht viel Geld ausgeben. Gucci-Tasche oder sowas? Was würdest du so einer zückenden Dame zum Geburtstag schenken? Äh, keine Ahnung. Ich bin ein Geizhals, ein riesengroßer. Echt, ne? Ja, das ist echt so. Also Lolli. Ja. Passt das? Super. Super, ja. Danke. Vielen Dank, ne? Viel Spaß. Der wurde jetzt einfach schon öfters angefasst als Elders innerhalb eines Videos. Ja? Hier, hier, hier. Hast du das gerade gesehen, Alter? Das war ein zeitlicher Lohn. Ja. Das war ein bisschen mehr als normal. Kostet mir aber trotzdem zu viel Geld und zu viel Zeit. Echt, ne? Gibt's denn Probleme? Nein, es gibt keine Probleme. Machen Sie Strafe und so, ne? Dann fahren Sie weiter jetzt. Wollen Sie hier jetzt gerade... Sie halten den Verkehr auf. Sie halten den Verkehr aus. Nee, das bin ich nicht. Hamburg. Hamburg. Kommt aus Hemsburg, ne? Hamburg. Deswegen gehst du da und schreibst die Strafe da, okay? Jungs, bitte. Bitte, Jungs, jetzt. Was? Ich wollte auch keinen Stress. Okay. Ich gebe dir deine Hand. Weißt du warum? Warum? Schreib zur Strafe und rufst du immer Polizei an. Schöne Uhr hast du. Schöne Uhr. Ist die Jacke original. Nein. Geil. Ciao. Fahrt weiter jetzt. Fahrt weiter. Das ist kurz vor dem Eskadin gewesen, oder? Ja. Hast du die Spannung gemerkt? Ja. Das war so fast, dass... Ja. 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 Das ist alter. Mein lieber Scholli, Alter. Da geht's fast auf den Lust. Also das heißt, eine Frau wäre dir zu teuer persönlich. Wir wollen auch mal wissen, was steckt hinter den Anzeigenhauptmeistern. Oh ja. Auf welche Frauen steht der? Welcher Typ von Frauen? Also der Anzeigenhauptmeister ist auf jeden Fall ein riesengroßer Geist halt. Das muss man wissen. Ich glaube, das ist so einer, der gibt Geld auf Pornoseiten aus, Chit. Der Marc. Marc gibt Geld auf Pornoseiten aus. 100 pro. Und ich glaube, der geht auch oft eski eski. Ein Pfennigfuchs. Oh ja, definitiv. Aber Typ Frau wäre er braun blond? Nee, gar nicht. Ach, das auch nicht. Am liebsten gar nicht, weil das kostet alles Geld. Tätowiert? Auch nicht, gar nicht. Weil ich drehe jeden Cent dreimal um, trotzdem stinkreich bin. Bist du reich? Ja. Nee. Ja? Du bist reich, Alter. Ja, also ich würde es zumindest als reich bezeichnen. Also ich kann mir leisten, was ich will. Okay, das ist reich. Naja, also ich bin so geizig, wenn ich mal an der öffentlichen Toilette vorbeikomme, dass ich da kostenlos das Klopapier mitnehme. Du klaust Toilettenpapier. Nee, das glaube ich. Das glaube ich ja nicht. Das ist Diebstahl. Nee, das ist ja zu der Eigen benutzen. Doch. Sch- JA- Scheiß mal da rauf. Aber das ist doch... Das ist doch viel zu viel Bruder. Das ist doch... Ach. Sch- 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 scheiß mal da rauf. Das ist doch viel zu viel Bruder. In meinen Augen ist das viel zu viel. Sorry, Chad. Was ein Bastard, der Marc. Aber wenn du es mit raus nimmst und nicht drinnen abspielst, dann ist es Diebstahl. Da kannst du mir sonst was erzählen. Da habe ich die Gesetzesordnung schon im Kopf. Du nimmst es mit raus, oder? Kann man schon als Diebstahl sehen. Sollen wir es lieber rausschneiden? Nö. Ja, lieber rausschneiden. Okay, lassen wir mal drinnen. Kannst du mir mal 100 Euro leihen? Nee, definitiv nicht. Echt nicht? Wenn ich jetzt 200 Euro in die Vorkasse, dann kann ich... Du kleiner Fuchs. Das ist ein kleiner Triple Trigger. Wollen wir denn weiter? Achso, du machst die jetzt. Was ist jetzt wieder? Ah, der da hinten, ne? Guck mal, die Autos kommen nicht mal durch, Mensch. Wie viel hat man da jetzt wieder rausgeholt? Fünf Euro. Fünf Euro, Alter. Kann man denn nicht mehr machen? Die Durchfahrt für Rettungsfahrzeuge haben einen, das ist theoretisch eigentlich noch gewährleistet, weil die Fahrzeuge sind ja durchgekommen. So ein Feuerwehrfahrzeug ist natürlich ein bisschen breiter. Das könnte man natürlich wirklich machen. Ich fasse auf den heiligen Drahtesel aus. Auf den Moment haben wir alle lang gewartet? Ja. Guck mal, der kommt auch fast nicht durch, der Kollege. Ja, Durchfahrt für Rettungsfahrzeuge haben einen das nicht sicher gewährleistet. Eindeutig. Jetzt lass dich mal auf seinem Fahrradsessel einfahren. Auf den allerechten Main-Character sein Fahrradsessel. Das ist so 2,80. Also ein 2,55 Meter breiter Rettungswagen würde durchpassen, aber wird halt massiv behindert. Von daher parken an einer engen Strafenstelle mit Behinderung. Müssten theoretisch eigentlich 100 und ein Punkt sind. 100? Digger, stell dir mal vor. Du bekommst wegen Mark 100 Euro Strafe und ein Punkt. Du Hurensohn. Mark. Und ein Punkt? Das sind 5 Köpfe bei Book of War. Da hast du gerade den Jackpot geknackt. Ja. Das sind 100 Euro eigentlich. Du hast aus 5 Euro 100 Euro gemacht. Das ist die starke Leistung. 105. Alter mein. Geil. Die 5 kommen noch dazu. 2,55 Meter breite Rettungswagen könnt ihr da jetzt nicht mit Vollgas durchfahren. Welchen Schulabschluss hast du eigentlich? Hauptschule. Hauptschul? Ja. Du hast ganz schön viele rein für eine Hauptschule. Ja, also theoretisch meine Lehrer, die haben gesagt, ich könnte auch Realschulabschluss machen, theoretisch auch Abitur, aber mein Motto ist bis zum Ziel und kein Schritt weiter. Echt? Ja. Ich brauche keine Realschule, ich brauche kein Abitur. Frag mich doch mal, was ich habe. Was hast du denn? Vöderschule Fachabschluss. Aha. Ja. Ja. So viel im Kopf. Darf ich? Ja. Konstantin Mainan. Ja. Anzeigenhauptmeister. Ich bin sehr froh, dass es gibt solche Menschen. Echt? Ja. Das ist auch mal gut zu hören. Er sollte weiter so machen. Er hat dich aber aufgeschrieben. Krass. Super. Ja. Manchmal muss man doch mal einen anderen. Krass. Konstantin. Okay. Und da habe ich noch eine TÜV-Bakette. Hier der Porsche, ne? Richtig. Der Porsche-Fahrer, der dachte, der hat das Geld flüssig, ne? Richtig. Aber auch der darf nicht falsch parken, ne? Und schon gar nicht die TÜV-Bakette ablaufen lassen. Was kriegt man dafür? 40 Euro für das eingeschränkte Haltverbot für das 15 Euro. Macht 55 Euro Gesamtsumme. Da hast du mal wieder einen rausgeholt. Weil hier ist das Raddings da, das wurde hier gerade behindert. Achtest du auf deine Ernährung aktuell? Machst du Fitness? Bisschen. Hier kann man einen Zollstock nehmen und vermessen. Ja, okay. Also, aber Ernährung? Was isst du so? Was isst du dein Hinblingsessen? Alles außer Gemüse. Echt jetzt? Also auch sehr gesund? Ja, echt jetzt. Gemüse. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber gibt die mir recht, wenn man sagt, der ist introvertiert oder introvertiert? Was heißt introvertiert? Extrovertiert. Was ist eins von beiden? Nein. Intro? Ah, der hat einen absoluten Schaden, der Marc. Ja, intro, der ist so... Aber ich hab das Gefühl, der ist nicht kommunikationsfähig. Der lebt so voll sein eigenes Ding. Checkt ihr, was ich meine? Das ist zu gesund. Ja, Döner, Pikmi? Nein. Nicht? Shisha raust du? Nein. Guckst du eigentlich Schlawiner-Videos? Nein. Auch nicht? Kostet Zeit, kostet Nerven, also nein. Mein lieber Scholli, Alter, du bist ja echt ein Übermensch. Das müssen wir mal sagen. Ja, natürlich. Du hast dich komplett im Griff. Wie lässt du deinen Druck raus? Druck? Was für ein Druck? Druck im Kopf. Ich hab ja auch keinen Druck. Kennst du 5 gegen Willi, bis einer kotzt? Nein. Kenn ich nicht. Jetzt wird gearbeitet, ne? Ja, jetzt wird gearbeitet. Super. Das gilt ja bisher her, das eingeschränkte Haltverbot. Also kann man das hier markieren. Markiert wird auch noch hier. Ja, jetzt muss ich natürlich vermessen, wie weit steht da drin. Ja. Machst du in Pythagoras jetzt oder nicht? Ja, das heißt, bis hierher. Also der Parkdorf hier im eingeschränkten Haltverbot. 25 Euro. Durchschnittlich Umsatz, wie viel machst du da so? Ab Tag? Unterschiedlich. Ungefähr, was denkst du so? Am Tag? Ja, das kommt ganz auf der Stadt drauf an. Das kommt ja auch immer auf das Vergehen drauf an. Habe ich jetzt in einer Stadt viele Gewichtparker, habe ich jetzt in einer Stadt viele Liebparker. Aber so der Durchschnitt, der Durchschnitt. Kann man sagen, vielleicht 1000 am Tag. Und was? Also ich habe letztes Jahr... Du warst ein 30er Monat, Alter. Umsatz, Alter. Für den Start. Ja, ich habe letztes Jahr 140.995 Euro nach Bußgeldkatalog erwirtschaftet. Wie viel? 140.995 Euro nach Bußgeldkatalog. Und das kannst du ja auf 365 aufteilen. Ah ja, das ist ja immer was. Das ist immer was ordentlich. Das ist eine kleine Hütte. Da kannst du Import... Was man ihn halt lassen muss, ne? Er ist ein Hustler. Der ist ein Hustler. Ist ein Hustler, ne? Also... Das muss man ihn lassen. Kid Life, mein bester Tag für sieben Monate. Export nach Kolumbien machen, Alter. Mit Schnee. 25 Euro. Hier. Super. Also ich würde meine Finger von anderen Autos lassen. Ich würde... Echt? Nach Autos würde ich nicht anfassen. Naja, nachher sagt er, der Scheibenwischer ist kaputt oder sowas. Einmal nur überrot. Komm jetzt. Nö. Komm nur einmal, Junge. Guck mal, wie ein kleines Kind. Nö. Selten so eine dumme Aussage gehört. Wo ist da? Nee. Er gibt dir auch 100 Euro. Nee. Wenn du jetzt überrot gehst 500 Euro. Nö. 1000 Euro Bar im Cash, Junge. Das machst du nicht? Geht er über grün. Jetzt vorbei. Die Lappi schlossen. Will er nicht. Hast du mal eine Ausnahme gemacht, wo du gesagt hast, das ist blöschig? Nein. Echt nicht? Nee. Oh. Ach. Anzeige. Aha. Ich bin über dein Ding gestolpert, du hast mich überfahren. Echt? Nimm dir mal an, ne? Ja. Deine Mutter hat falsch geparkt. Ja. Und du siehst das. Ja. Gerade so wie du da stehst. Mit Beib und Seele. Ja. Was machst du dann? Eine Anzeige erstatten. Gegen deine Mutter? Ja, vor dem Gesetz geht auch gleich. Das ist meine Männlichkeit hier. Kein Spitz. Ich... Chat, ich kann das ja auch nicht. Ich kann das ja auch nicht. Wisst ihr, dass ich eine... Es tut so weeeeg. Kein Witz. Das ist kein Witz. Vor dem Gesetz geht auch gleich. Und wenn deine Mutter weint und sagt, bitte gib mir die Chance. Lösch es. Dann kann man doch... Nee. Scheiße. Goldi, danke für neun Monate. Nein. Liebe. Und Almed, danke, danke für den verschenkten Sub. Geht auch gleich. Alter, du bist ein Knaller, da riecht da, Junge. Alter, guck doch, guck doch, guck doch. Ey. Nee. Grüß mal. Scheiße. Niklas, komm mal her. Wir brauchen deine Hilfe, Niklas. War das der Wind hier, oder was? Ja, der Wind kam und da hat er mich weggedrückt, damit ich gegen den Ding sind. Ja, wo war dein Einsatzsalter? Da machst du deine Finger nicht schmutzig, oder was? Gläufst du dich hinterher? Hilfst du dich? Was? Hilfst du in solchen Momenten nicht? Ich bin doch hingelaufen. Hast du das Team mitgebracht hier, oder was? Ja. Ja, grüß dich. Hallo. Mahlzeit, hey. Hi, na, alles gut. In Hamburg heute mal. Ja. Nur heute, oder? Nur heute. Was halten Sie denn von Ihrem Einsatz? Ja. Also übertrieben? Mhm. Also übertrieben. Aber unterhaltsam. Was? Kann ich euch schießen von euch? Ja, das ist so... Das ist... Also... Nimmts mir nicht übel, aber das ist so weird. Dass... Dass die Polizei jetzt mit ihm ein Foto macht, ne? Digga... Ich will irgendwie was sagen, aber ich kann nicht... Okay. Mir fällt grad was ein. Jo. Ich kann einfach nichts zum Essen bestellen. Ja, sieht man. Ciao. War witzig. Dann frohe Schaffen. Dankeschön. Ciao, ciao. So, Niklas, das war es auf jeden Fall mit dem Video. Ich würde sagen, das war wirklich unterhaltsam. Hättest du Bock auf den zweiten Teil? Aber dann in eine andere Stadt. Ja, sicher. Kann ich mich ein bisschen daneben benommen manchmal? Hm, manchmal ein bisschen. Aber eigentlich in Ordnung. Das kann ich dir von dir auch aus zurückgeben. Ja. Du bist echt ein guter, herzhafter. Ach so, ich dachte wir sagen so. Verabschiedung. Bei uns macht man so. Links, rechts kurz. Tschüss. Ciao. Ach so, bei uns hat man so tschüss. Ach so. Ja, oder wir können auch so tschüss. Du Alaya, tschüss! Ach so. Hey Niklas, das war ein geiles Video. Hat Spaß gemacht. Leute, checkt Niklas ab. Auch nochmal unten verlinkt. Digga, machst du auch irgendwie YouTube? Kommt noch. Kommt noch? YouTube? Ja. Einfach oben verlinkt. Oder auch Instagram. Digga, er ist so provokant. Er ist so provokant. Dieses Jahr. Ohhhh. Es macht mich. Es bringt mich zu Weißblut, ne? Stell dir vor, du siehst Marc, diskutierst mit ihm. Der ballert dir einen Punkt plus Geldstrau für irgendeine Ahnung. Für den zweiten Teil, gib mal, wieviel Daumen hoch sollen die geben? Äh, soviel wie geht. Gib mal 30.000 Daumen hoch. Für 30.000 Daumen hoch machen wir vielleicht einen zweiten Teil. Vielleicht machen wir auch mal mit der Polizei dann, ne? Ja, genau. Das wär geil, Digga. Nächster Teil mit der Polizei. Zweiter Teil, Digga. Ja. Mal schauen, wenn wir das hinbekommen. Crazy. Hat der Instagram Chat? Haben wir das Instagram von ihm? Ah. Deutscher Anzeigenhauptmeister. Fickt mich in den Arsch. Anzeige ist raus. So. Den hätten wir auch. Falschparker. Haben wir auch erwischt. Kann doch nicht sein, ich krieg's... Es läuft so vieles falsch. Immer diese Falschparker mitten im Wald. Das kostet 250 Euro. Kennt's? Digga, es läuft so vieles falsch. Es läuft so vieles falsch. Someone das wieder es Dükert. Kokos перв wird sozusagen